Wir sind Träumer, Suchende und Abenteurer. Wir sind Entdecker, Forscher. Und wenn wir etwas sehen, das uns begeistert... ...wollen wir es genau verstehen. Wir planen und bauen. Schon seit Jahrtausenden. Erschaffen Unglaubliches, aber auch Furchtbares. Wir wollen immer weiter. Immer höher. Immer schneller. Wir probieren einfach gerne. Auch, wenn es nur schief geht. Denn es ist nicht so sehr die Antwort, die uns antreibt. Es ist die Frage. Es ist die Neugier. Darf ich drücken? Einstein sagte, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Wer sich nicht mehr wundert, nicht mehr staunen kann, ist so gut wie tot. Vielleicht haben wir ein Gen für unstillbare Neugier und den Drang zu forschen. Die großen Erfindungen kommen nur zustande, wenn jemand was riskiert. Wir lieben das Abenteuer. Wir lieben das Unbekannte. Wir lieben das Unbekannte. Wir sind die, die niemals aufhören werden, neugierig zu sein. Wir lieben das Unbekannte. Untertitelung des ZDF, 2020